so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge missweifel und ja was ich hatte eigentlich was ja ich hatte mich zwar wieder neu eingeloggt aber unsere schwebenden frauen das muss noch ein bisschen wachsen hier noch so ein wasserspeicher hinzubauen hier hinten hier hin bis ich aber hier hin dass wir dann immer und zeit wann ist das hier mit den symbolen jetzt aufgefahren gut und das ziehen wir mal raus dass wir uns so ein wasser speicher wochen wir das den hier so hinbau stellen wir dann so hinten bauen wir ja vorne machen den dann gleich mit wasser voll das braucht man acht rettung zehn nägel und ja hier werkt sich die und hammer und sega hier kann man schon mal das noch vier brett und dann müssen wir auch mal langsam anfangen den zaun weiter zu brauchen also unsere umzäunung weiter zu bauen ja hinterher gekommen ist eigentlich bloß noch bis dahin das ist bloß stimmen so haben wir das aber bei eigentlich alles genau das haben wir nicht mehr und dass wir wohl nicht mehr haben so wird das aber nicht mehr aber hier waren auch noch bretter drin das sind auch noch bretter gewesen stellen muss so viel her wo am ende haben wir noch immer zeug ja das sieht schlecht aus also müssen wir noch und das haben wir da war mensch vielleicht ein auto vielleicht ein auto mal auto gucken oder es war dunkel wie später musste 19 uhr ich kann mal auto noch welche ok jetzt haben wir uns vielleicht doch vorher schlafen gehen wo ich den frittag losgehen weil wenn wir jetzt und hammer kann man schon mal reinpacken man ins menü packen weg wir haben doch eigentlich fertig ist essen und müssen wir die ganzen sperre einsammeln um die ich auch mal weg wie weit bist du überhaupt nicht sprich auch das hier ach wir haben ok wasser drinnen was unter flasche leute hoffentlich ist es bald mal weg hoffentlich ist es bald mal weg ein normal aber gerade überlegt normalerweise könnte man eigentlich bräuchten wir gehen lassen jetzt aber auch immer angefangen wir lassen das ich hätte gleich was trinken auch leute sich blöd dass sie wieder so rum wir hatten noch unter nacht losgehen können entschuldigung ja 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 ebenso macht das ist auch du hast ja da hinten da hinten gold aber dahinter heute war doch eigentlich genug autos zu kloppen könnte aber doch nicht so weit vor das reicht und ja nicht nach euch wo und seit wann sind ja Banditen und sind ja banditen und auch schon über banditen war schon über banditen bräuchte aber ich war unter banditen die hat man doch mal erschossen gehabt das bräuchte aber erschrocken junge junge euch ja wo er noch so funktioniert eigentlich haben wir uns sehr schön entdeckt bringt glaube ich ja das auch nicht mehr ja 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 Aber wir kommen jetzt hier. ich stehe jetzt erschrocken geht auf immer die jetzt geht ein bisschen hier oder das stadt doch hier das stadt doch hier ja war es, ja war es das war's, ja war es, ja war es sind sie wo weg jetzt da stand doch hier wer seit wann steht mir welche ohne wesig hier 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 und da waren wir ja schon der nix wir wollen ja schon das hier welche standen hier ist nicht mehr immer und das alles so komisch stehen hier wo ich gehe laut ist mehr zum zu kloppen ich dachte hier steht noch ein paar autos oder diese schulecke auch blöd noch ein bisschen schrott wochen schwer hat er um steht noch jetzt wer steht so neu wo ich erschrocken War ich erschrocken, du. Ich brauche ja sowieso wieder Schrott, für die Geier. Aber nicht so viel rennen. Zwecks. Alles dauert. Dass der Ausdauer weg ist. Nicht so viel Schrott entsteht und alles. Aber man kann es nicht mitnehmen. Weg. Da muss ich noch rein. Da stehen auch noch Autos. Der Wasserturm. Waren wir da schon mal drauf, der Wasserturm? Ja, Brecher ist überhaupt nicht. Ach, echt jetzt? Schade. Das ist eigentlich mal, wenn wir jetzt hier die Häuser durchsuchen. Ich weiß auch nicht, ob ich in allen Häusern war. Eigentlich mal. Waren wir hier noch nicht? Müssen wir noch mal zurück? Dann müssen wir noch mal zurück, weil... Ähm... 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 Wie soll ich sagen? Da waren wir wahrscheinlich in den Häusern noch nicht überall. Kann sein, dass verschlossene Türen... ... 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